Herzlich Willkommen zu Let's Bay FIFA 18 Spielerkarriere. Das Spiel ist monatsbekannt gegeben und er kommt aus Fortuna Düsseldorf. Wir spielen heute zu Hause gegen den Eintracht Braunschweig. Aber mal gleich hier beginnen. Gar nicht groß schnangen. Ich bin da kein Mann der großen Worte. Dann gehe ich mal wieder Ligaalltag. Ja, zwei internationale spielen. EM-Qualifikation spielen. Dann gehe ich mal wieder Ligaalltag. Putz drin. Boah, Alter, wie weit? Ich hätte das selber. Ich mache das selber. Zack. Schade. Diese Schüssel funktioniert gar nicht mehr, ne? Gott. Öl. Oh Gott, wo bin ich denn da hin? Okay. Schade. So geht's auch. Alter. Boah, hier gibt's noch einen Abseits, ey. Alter, da hat er geht rein. Ja, breit ab. Habe ich noch. Habe ich noch. Hä? Okay. Wurde gar nicht verstanden. Ja, genau. Ja, genau. So, neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Ich bin Wolf Fuss und wir begrüßen Sie recht herzlich zu diesem Spiel. Hallo liebe Zuschauer, wir glauben, das wird heute richtig spannend. Heute spielt Werder Bremen 2 gegen Eintracht Braunschweig. Hört schwer gegen Sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Ja. Und Sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Und da sehen wir mit welchem Personal die Heimannschaft heute ins Spiel geht. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. So, jetzt wissen wir ja mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen. Und zwar aus dem Mittelfeld. Auswärts haben Sie ja zuletzt gewinnen können. Heute soll eine ähnliche Leistung her. Eigentlich hätten Sie auch klarer als 2-1 gewinnen können. Ich denke, Sie werden daran anknüpfen und auch heute den Sieg einfahren. Ansgar von Hauenstein ist heute der Unparteiische in dieser Begegnung. Wird das eine Torchance? Sauber vom Ball getrennt hier. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Hier der Rehm. Das könnte gefährlich werden. Jetzt die Flanke. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Philipp Eggers-Klöss. Weg ist der Ball. Da holt er den Ball zurück. Dominik Volkmar. Jetzt müssen Sie aufpassen. Robin Tim Becker. Yildirim. Christopher Niemann. Christopher Niemann. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und jetzt die Chance. Der Ball prallt zurück vom Forsten. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Yildirim. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht den Stocken. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Robin Tim Becker. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Wird es jetzt gefährlich. Das gibt Einwurf. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Yildirim. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Marc Pfitzner. Yildirim. Christopher Niemann. Syro. Robin Tim Becker. Da kommt der Pass. Das sieht gut aus. Geht gut dazwischen. Wecker ist der Ball. Er versucht es. So. Die Führung. Jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Tolles Tor. Den platziert er direkt neben dem Pfosten. Und da hat der Torwart keine Chance. ZDF. Das ist die nächste Mal. Da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Philipp Egers-Plus. Mit dem Ball am Fuß, Richtung gegnerisches Tor. Er pfeift ihn zurück. Abseits. 0 klasse zuspiel achtung jetzt jetzt vielleicht klasse einsatz aber kommt auch an den ball die vorwärtsbewegung jetzt mark pfitzner gibt es jetzt die gelegenheit philipp egers klöss hereingabe kam gut aber der ball ist erst mal weg sieg gut aus der pass kommt macht er ihn er macht den ball nicht rein und damit fehlt weiterhin ein tor zum ausgleich rohben tim becker gut gespielt bei geter hausen auch ein einwurf kann gefahr bringen sie müssen konzentriert verteidigen jildere christopher niemann da hat der torwart keine großen probleme das könnte die chance werden machte ihn erhalten ganz stark da war noch dran und es gibt eckball schussversuch das tor sorgt hier erstmal für klare verhältnisse und mit dieser führung im rücken da können sie jetzt ihr spiel aufziehen absolut verdienter treffer oder buschi ja definitiv sie tun einfach mehr fürs spiel erarbeiten sich die chance und dann muss ja irgendwann das tor fallen schaut doch gut aus es steht zwei zu null bisher spielen sie hier ohne große probleme da kommt der schuss die hatte einfach nicht genau genug gezielt da fehlt einfach die konzentration wird es jetzt gefährlich die möglichkeit zu flanken szenen ist noch nicht vorbei den ball gibt er erstmal nicht her das könnte der gelegenheit werden da holt er den ball zurück mark fitzner philipp egersklöss lässt sich hier weit zurückfallen abwehr hat aufgepasst 45 minuten sind rum anpfiff zur zweiten hälfte mark fitzner wird das seine tor chance jetzt die flanke gut gespielt ist dass die chance ganz knapp über die latte fast drin das ding was für kopfball steffen kann sagen er zeigt den vorteil an sie können weiter spielen schön fällt das könnte gefährlich werden es gibt freistoß und das könnte gefährlich werden da kann erklären gut aufgepasst ganz stark gemacht das gibt gute aktion jetzt schießt er die kurzen ist das ist das war das nicht ganz entschuldigt es geht jetzt vielleicht noch mal zu lieben wahnsinnig wie hier im Spiel zurückgekommen sind jetzt nur noch ein Tor hier nochmal die Zerträger jetzt steht es hier 2 zu 1 eine enge Kiste Juro Tori Jakobsen sie kommen über den Flügel ganz energisch abgeblockt schön fällt Robin Tim Becker sehr gute passquote hat er heute auch der ball kommt an schön fällt jetzt müssen sie aufpassen Marc Pfitzner Klasse Pass das sieht gut aus da ist die Flanke sie haben immer noch den Ball weiter gefährlich der Abschluss nicht platziert genug das ist da kein Problem schön fällt hier wurde auch da gibt er zurecht Freistoß jetzt kommt der Wechsel sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen schön fällt ahnt hier diesen Pass weg ist der Ball gibt es jetzt die Gelegenheit Ball kommt rein die Flanke bleibt hängen schön fällt Boland Christopher Niemann super dazwischen gegangen da spielt er den Ball Richtung Außenlinie weg ist der Ball 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr mal sehen was sich noch tut Philipp Eggers-Gluss jetzt wird es gefährlich jetzt können sie gleich den Ball einwerfen und hier sehen wir jetzt den Wechsel Bury Flanke bleibt hängen weiter das gibt Freistoß klare Angelegenheit Syro das könnte die Chance werden das macht er gut Christopher Niemann ja der ist Platz jetzt und jetzt die Chance fällt das Tor doch noch schöne Flanke jetzt da geht er hin und kann den Schuss abwachen die Fans feuern ihr Team nochmal an Buschi mal sehen ob sie das nochmal nach vorne pusht ein paar Minuten haben wir noch jetzt hat er den Ball Philipp Eggers-Gluss Barry und da ist der Ball wieder weg es bleiben hier noch acht Minuten ein spannendes Spiel bis zum Schluss tut sich hier noch was jetzt könnte es gefährlich werden Abwehr hat aufgepasst geht gut dazwischen weg ist der Ball sehr guter Einsatz da muss er flanken ganz wichtig da muss er hin super aufgepasst nicht zum ersten Mal Leute da ist die Auswechslung die Fans feiern ihn kein Wunder definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz so erstmal geklärt nach dieser Reingabe wird es jetzt gefährlich jetzt vielleicht Junge war das knapp da können sie jetzt durchatmen da hinten da waren sie doch noch zur Stelle schön fällt jetzt geht es im Prinzip nur noch darum den Ball nicht mehr herzugeben und das machen sie absolut souverän gibt es jetzt die Gelegenheit sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf auch dieser Ball kommt an sieht gut und technisch sauber aus aber über die Schönheit des Spiels darfst du den Zug zum Tor nicht vernachlässigen schöne Aktion und jetzt die Chance unser Tor da hat uns jetzt die Glück gehabt ich bin mir nicht sicher was zu gewollt aber es passt knapp 6 außer ich bin das doch einfach mal zugekommen wo ist der Schöne und es war nicht ohne Halt und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2 zu 2 und das Spiel ist aus wir haben keinen Sieger die Partie endet unentschieden heute gab es keinen Sieger in Ordnung ich denke schon beide auf ähnlichem Level da kommt dann schon mal ein Unentschieden raus mehr als ein Unentschieden war heute nicht drin sie haben sicher schon bessere Spiele gezeigt und das obwohl sie zwei Tore erzielt haben sie waren in der Defensive einfach zu anfällig Christopher Niemann das ist gut sie unterstützen den ballführenden Spieler und jetzt die Chance macht er ihn gehalten ganz stark da war er noch dran und es gibt Eckball Schussversuch ist das seine Torchance jetzt die Flanke gut gespielt ist das die Chance ganz stark gemacht das gibt eine gute Gelegenheit gute Aktion jetzt schießt er und da haben wir es das Tor sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf auch schöne Aktion und jetzt die Chance und das Tor da hat er ein bisschen Glück gehabt jetzt sagt er so einfach nichts jetzt sagt er so einfach nichts in Bremen fließt ein steter Strom vorbei am Weserstadion hier sind wir zu Haus hier geht's uns gut denn Werder zaubert siegt und lacht ja Werder ist die Fußballmacht im Norden und dem Rest der Republik wir sind Werder Bremen grün weiß das Emblem Werder der Meister von der Weser das Phänomen